Wenn du noch nie auf dem C64 programmiert hast, aber immer mal wissen wolltest, wie das Ganze funktioniert, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Es vermittelt dir die Grundlagen im C64 Basic. Das Ganze hier soll sozusagen ein Nachschlagewerk sein. In späteren Videos gehe ich so ein bisschen tiefer in die Materie und da werde ich immer wieder Sachen voraussetzen, die in diesem Video vermittelt werden. Du musst dir nicht alles merken, was ich jetzt gleich hier zeige, sondern du kannst jederzeit zu diesem Video einfach zurückgehen. Ich habe Kapitelmarken unten gesetzt, da kannst du zu den entsprechenden Abschnitten einfach hinspringen und dir dann nochmal das Wissen nachaneignen oder nochmal auffrischen. Wir starten gleich mit einer kleinen Einführung in die C64 Oberfläche. Wir schauen uns an, wie man dort Befehle eingibt. Wir werden Direktbefehle kennen, Zeilennummern, die Befehle, Print, List und Run. Dann geht es weiter mit den Variablen, ein sehr wichtiger Bestandteil des C64 Basic. Ohne die werden Programme doch recht langweilig. Dann schauen wir uns noch den Inputbefehl an und zum Schluss noch die Feldvariablen. Klingt vielleicht jetzt noch alles ein bisschen kompliziert, ist es aber im Prinzip gar nicht. Du kannst dir die Abschnitte auch einfach mehrfach angucken, wenn du nicht sofort verstehst, was genau da passiert. Ansonsten kannst du jederzeit unten in den Kommentaren Fragen stellen, die beantworte ich dir auf jeden Fall. Ja, also C64 an, legen wir los. Wenn du deinen C64 einschaltest, startet automatisch Basic V2 und erwartet deine Eingaben. Du kannst entweder direkt Basic Befehle eingeben, diese werden dann sofort ausgeführt, oder Befehle zu einem Programm zusammenstellen, welches du dann mit List auflisten und mit Run starten kannst. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt. Dazu lernen wir jetzt einen der wichtigeren Befehle, den Print Befehl kennen. Mit Print gibst du standardmäßig Werte auf dem Bildschirm aus. Werte können beispielsweise Texte, aber auch Ergebnisse von Rechenoperationen sein. Hier mal ein Beispiel. Print Commodore 64 und ich schicke das ab und wie du siehst, wird das direkt auf dem Bildschirm ausgegeben. Wenn ich also einen Basic Befehl eingebe und Return drücke, wird dieser direkt ausgeführt. Bei diesem Beispiel ist wichtig, dass das Commodore 64 hier oben in Anführungsstrichen steht, um das als Zeichenkette zu kennzeichnen. Wir geben jetzt mal einen weiteren Befehl ein. Print 5 plus 10 und wie wir hier sehen, wenn ich das abschicke, wird sofort das Ganze hinten als Rechenaufgabe identifiziert und hier unten wird dann das Ergebnis 15 ausgegeben, weil 5 plus 10 ist 15. Ich gebe jetzt nochmal fast den gleichen Befehl ein, allerdings diesmal mit Anführungszeichen. Und da sehen wir, dass hier unten 5 plus 10 ausgegeben wird, weil jetzt durch die Anführungszeichen hier oben das als Zeichenkette identifiziert wird und dann wird einfach das, was zwischen den Anführungszeichen steht, hier unten ausgegeben. So, als nächstes fassen wir die beiden Befehle mal als Programm zusammen. Um das zu tun, müssen wir die Befehle einfach nummerieren, indem wir eine Zeilennummer davor schreiben. Zum Beispiel 150 Print Commodore 64. So, jetzt ist augenscheinlich erstmal nichts passiert, also der Befehl wurde nicht direkt ausgeführt. Er ist aber gespeichert worden. Als Zeilennummern kannst du Zahlen zwischen 0 und 63.999 benutzen. Dein Programm wird immer bei der kleinsten Zeilennummer gestartet und arbeitet die Befehle dann aufsteigend den Zeilennummern ab. Ich speichere mal noch den zweiten Befehl. Print 5 plus 10. Auch das ist jetzt abgespeichert worden und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Mit List listen wir unser Programm auf. Und hier sehen wir, dass jetzt die zweite Zeile, die ich hier oben eingegeben habe, vor der ersten Zeile eingeordnet wurde, weil ich da einfach eine kleinere Zeilennummer benutzt habe. 100 ist kleiner als 150, also wird dieser Befehl halt vorher ausgeführt. Wir starten das Ganze mal und wie erwartet ist jetzt zuerst die Rechenoperation 5 plus 10 ausgeführt worden und anschließend wurde die Zeichenkette Commodore 64 auf dem Bildschirm ausgegeben. Möchte ich jetzt die Reihenfolge hier oben ändern, dann kann ich einfach hier oben die Zeilennummer ändern, von 100 auf 200 zum Beispiel. Ich lösche mal den Bildschirm, wenn ich das Ganze jetzt wieder starte. Hm, da ist irgendwas nicht richtig. Jetzt sind hier auf einmal zweimal die Rechenaufgabe ausgeführt worden. Irgendwas stimmt nicht. Wir listen uns das Programm auf. Und hier sehen wir auch schon, was da schiefgelaufen ist. Ich habe die Zeilennummer hier oben nicht geändert, sondern ich habe die Zeile kopiert, indem ich hier die Zeilennummer geändert habe. Das Programm ist hier also nur aufgelistet und immer wenn ich Return drücke, dann wird die Zeile, die am Cursor anliegt, bearbeitet. Also egal, ob jetzt eine Zeile oder ob das jetzt ein Befehl ist, der wird dann halt entsprechend ausgeführt. Wenn ich hier nochmal List hinschreibe und würde jetzt hier oben so rumhampeln und gehe irgendwann nochmal hier unten mit dem Cursor drauf, dann wird der Befehl List ausgeführt, sobald ich mit dem Cursor in der Zeile bin, in denen der Befehl steht. Das heißt, indem ich hier oben den 200 hingeschrieben habe, habe ich einfach eine neue Zeile angelegt mit der Zeilennummer 200, in der Print 5 plus 10 drin steht. Wenn ich hier oben eine Zeile löschen will, dann könnte ich jetzt einfach hier das Print hinter weg löschen oder ich gebe irgendwo einfach die Zeilennummer ein, ohne irgendwelche weiteren Angaben. Wenn ich das nochmal aufliste, sehen wir, die Zeile 100 ist verschwunden, weil ich die Zeile 100 abgeschickt habe, ohne dass ein Befehl drin steht. Hätte ich da einen Befehl eingegeben, dann hätte ich die Zeile überschrieben. Das mache ich mal mit der Zeile 150, da schreibe ich jetzt mal Print C64 rein und wenn wir das Ganze jetzt nochmal auflisten, dann sehen wir, hat sich die Zeile geändert in Print C64. Vorher war es Print Commodore 64. Wichtig zu wissen ist noch, dass wir für unsere Programmzeilen nur 80 Zeichen zur Verfügung haben. Das sind genau zwei Zeilen auf dem Bildschirm. Das sieht man hier, wenn ich jetzt hier hinten hinter der Zeile 150 einfach mal mit Leerzeichen weiter wandere, dann macht die Eingabeaufforderung hier noch eine zweite Zeile Platz. Allerdings, wenn ich da am Ende angekommen bin und dann hier weitergehe, dann wird keine Zeile Platz gemacht, weil ich hier wirklich nur diese beiden Zeilen zur Verfügung habe, um Befehle unterzubringen. Das Ganze gilt natürlich auch für Befehle, die ich im Direktmodus eingebe. Wenn ich also hier Hallo eingebe und dann ganz viele Punkte dahinter mache, dann wird auch hier die zweite Zeile mitgenommen. So, ich gehe mal bis zum Ende hier hin und mache hier mal so ein X und noch ein X und dann Anführungszeichen, drücke Return, dann kriege ich einen Syntaxfehler, weil der Basic Interpreter jetzt dachte, ich hätte hier nur Anführungszeichen eingegeben. Wenn ich hier oben das Ganze, entweder in dieser Zeile oder dieser Zeile auf dem Bildschirm hier mit Return abschicke, dann wird der Befehl auch ausgeführt. Wenn du Anführungszeichen machst oder mit der Install-Taste irgendwas einfügst, schaltet der C64 automatisch in einen Steuerzeichen-Modus. Das bedeutet, dass bestimmte Tastenkombinationen wie das Bildschirmlöschen, die Kördertasten oder die Farbwalttasten für Zeichen nicht direkt ausgeführt, sondern durch ein Sonderzeichen auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Der Modus ändert sich dann erst wieder zurück, wenn man entweder Return gedrückt hat oder ein weiteres Anführungszeichen eingetippt wird oder das Ende des durch Ins eingefügten Bereiches erreicht ist. Ich zeige dir das jetzt mal an ein paar Beispielen. Ich mache jetzt hier einfach mal die Anführungszeichen oben und wenn ich jetzt die Cursor-Tasten drücke, zum Beispiel Cursor nach unten, dann werden hier einfach nur Sonderzeichen ausgegeben oder auch hier Cursor nach rechts zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt Ctrl-2 drücke für die Farbe weiß, dann bekomme ich hier auch so ein Sonderzeichen. Sobald ich nochmal Anführungszeichen mache und dann wieder die Cursor-Tasten drücke, dann funktionieren die wieder ganz normal. Das gleiche ist mit der Ins-Taste, also Shift-Install. Wenn ich jetzt hier oben mal in mein Programm gehe und drücke hier Shift-Install dreimal, dann füge ich hier drei Zeichen ein und wenn ich jetzt nochmal dreimal eine Cursor-Taste nach unten drücke, dann kommen da drei Sonderzeichen, drücke ich jetzt nochmal die Taste nach unten, dann geht es auch ganz normal weiter. Ja, aber wofür genau brauchen wir das denn jetzt? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich lösche die Taste hier oben mal weg. Beispielsweise mit der Taste Shift-Clear-Home löschen wir ja den Bildschirm und wenn ich hier mit Shift-Install jetzt ein Zeichen einfüge und dann Shift-Clear-Home drücke, dann wird hier so ein Herzchen ausgegeben und jetzt wird diese Tastenkombination mit dem Printbefehl praktisch ausgeführt, sobald ich das Programm mal starte. Und das mache ich jetzt auch. Ich gebe hier unten mal Run ein und dann sehen wir, wird erst der Bildschirm gelöscht, dann wird C64 ausgegeben und dann wird hier unten die 15 ausgegeben. Das heißt, hier an der Stelle wird jetzt der Bildschirm gelöscht. Wenn ich jetzt hinten nochmal so ein paar Zeichen einfüge und jetzt Cursor nach unten drücke, 1, 2, 3, 4, 5 und vielleicht Cursor nach rechts, 1, 2, 3, dann habe ich hier auch die Sonderzeichen dafür, das schicke ich mal ab. Wenn ich das jetzt starte, dann wird erst der Bildschirm gelöscht und dann werden diese Cursor ausgegeben. Also Cursor-Taste nach unten, 1, 2, 3, 4, 5 und Cursor-Taste nach rechts, 1, 2, 3 und erst dann wird C64 auf dem Bildschirm ausgegeben. So können wir also relativ einfach irgendwelche Ausgaben auf dem Bildschirm positionieren. Zuletzt vielleicht noch die Farbwahl-Tasten. Also ich gehe nochmal hier rüber und drücke hier die Ctrl-Taste und 2 gleichzeitig. Normalerweise wird dann ja die Schriftfarbe weiß, jetzt nicht. Hier wird ein Sonderzeichen einfach ausgegeben. Wenn ich das aber starte, dann schalte der C64 an dieser Stelle auf weiß. Und das kann ich jetzt natürlich auch mitten in diesem Text hier nochmal machen. Das C jetzt mal in weiß und vielleicht das 64 machen wir mal in einer anderen Farbe. Ich drücke mal hier Ctrl-8 für gelb. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, dann haben wir hier vorne die Farbe weiß, hier hinten gelb. Sieht man jetzt vielleicht nicht so gut. Ich nehme mal hier vorne vielleicht eine andere Farbe. Ich nehme das C jetzt einfach mal als schwarz, indem ich hier Ctrl-1 drücke. Aber das Prinzip sollte klar sein. Jetzt ist das C schwarz und der Rest ist gelb. Ja, mit diesen ganzen Sondersteuerzeichen könnt ihr jetzt natürlich rumspielen und mal eure eigenen kleinen Programme und Texte machen. Experimentiert gerne mal damit rum. Nachdem wir nun wissen, wie wir Programme schreiben, starten und auflisten können, sowie Ausgaben per Print machen, kommen wir nun zu einem weiteren essentiellen Bestandteil der Programmiersprache Basic, den Variablen. Eine Variable ist ein Platzhalter bzw. ein Speicher, in dem wir Werte ablegen können. Werte können Zeichenketten oder Zahlen sein. Hier mal ein Beispiel für eine Zeichenkette. Name, Dollarzeichen gleich Commodore. Das schicke ich jetzt ab. Jetzt sieht es zunächst so aus, als ob gar nichts passiert ist, obwohl der Befehl im Direktmodus eingegeben wurde, ohne eine Zeilennummer. Aber der Basic-Interpreter hat sich die Zeichenkette Commodore gemerkt und unter dem Variablenbezeichner Name, Dollarzeichen gespeichert. Mit Print können wir die Variable jetzt wieder ausgeben, indem ich einfach Print Name Dollarzeichen eingebe und das abschicke. Und siehe da, die Zeichenkette Commodore wird auf dem Bildschirm ausgegeben, weil ich hier oben einmal diesen Variablenplatzhalter damit belegt habe und dann gebe ich ihn hier mit Print einfach wieder aus. Also das hier hinten ist der Wert und das hier vorne ist der Variablenbezeichner und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Das Dollarzeichen hier hinten, das ist essentiell wichtig, denn das kennzeichnet diese Variable als eine String-Variable oder Zeichenketten-Variable und nur in solche Variablen können wir auch Zeichenketten einspeichern. Wenn wir das weglassen, dann bekommen wir einen Fehler. Type Mishmash Error, da meckert der Basic-Interpreter, dass wir in diese Art von Variable keine Zeichenkette einspeichern können. Eine weitere Eigenschaft von Variablen ist, dass nur die ersten beiden Zeichen einer Variable zur Unterscheidung benutzt werden. Also man kann auch längere schreiben, wie hier Name, Dollarzeichen, um zum Beispiel den Code irgendwie übersichtlicher zu halten, aber es werden nur die ersten zwei Zeichen zur Unterscheidung vom Basic-Interpreter benutzt. Wenn ich jetzt also hier unten hergehe und gebe hier Print Name, Dollarzeichen ein, bekomme ich Commodore. Wenn ich hier Print Nachricht, Dollarzeichen eingebe, bekomme ich auch Commodore. Und wenn ich hier Print Na, Dollarzeichen eingebe, steht da auch Commodore drin, weil diese drei Variablenbezeichner, die ich jetzt hier genommen habe, alle mit Na anfangen. Ich werde im weiteren Verlauf des Videos jetzt auch nur noch ein- bis zweistellige Variablenbezeichner verwenden. Als letztes sei noch erwähnt, dass jeder Variablenbezeichner mit einem Buchstaben beginnen muss. Das zweite Zeichen kann aber eine Zahl sein. Sonderzeichen dürft ihr nicht verwenden, mit Ausnahme natürlich der Typenzeichen. Bei Zeichenkettenvariablen hier das Dollarzeichen. Die anderen Typen lernen wir gleich kennen. Die Konvention mit den ersten zwei Buchstaben und dass man mit Buchstaben anfangen muss, das zweite eine Zahl sein kann, das gilt für alle Variablen-Typen, nicht nur für Zeichenketten. Erweitern wir unser Programm jetzt nochmal um eine Zeichenkette. 100 Na-Dollarzeichen gleich Commodore und die 150, die überschreiten wir komplett, da schreiben wir jetzt hin, Print Na-Dollarzeichen plus Anführungsstriche 64. Mit diesem Plus verknüpfe ich zwei Zeichenketten. Einmal die feste Zeichenkette 64 und einmal den Inhalt der Variable Na-Dollarzeichen. Wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir, steht da oben wieder Commodore 64. Das setzt sich zusammen einmal aus dem Inhalt der Variable hier, Commodore und dem 64. Keine Angst, wir werden gleich noch etwas Sinnvolleres damit anstellen. Vorher schauen wir uns aber noch die Zahlenvariablen an. Es gibt davon zwei Arten, die Fließkomma bzw. Float und die Ganzzahl bzw. Integer-Variable. Wir widmen uns zunächst der Fließkomma-Variable. Sie erkennt man daran, dass sie kein Typzeichen hat. Also kein Dollarzeichen wie bei den Zeichenketten. Z gleich 10, Print Z. Zunächst sieht es jetzt nicht so aus, als wäre irgendwas anders als bei einem Beispiel mit der Zeichenkette. Es wird eine 10 ausgegeben. Beim genauen Hingucken sehen wir aber, dass hier ein kleiner Unterschied ist. Nämlich hier vorne ist ein Leerzeichen. Die 10 steht hier nicht bündig am Rand. Das ist dem Umstand geschuldet, dass der Basic-Interpreter bei der Print-Ausgabe von Zahlenvariablen eine Stelle für das Vorzeichen reserviert. An dieser Stelle hier könnte also bei negativen Werten ein Minus stehen. Bei positiven Werten wird allerdings kein Plus, sondern ein Leerzeichen ausgegeben. Ich setze jetzt hier mal Z auf Minus 10 und gebe das Ganze dann nochmal aus. Hier sehen wir, ist kein Leerzeichen vor der 10, allerdings steht hier ein Minus. Aber vor dem Minus ist auch kein Leerzeichen, das heißt, jetzt steht die Minus 10 bündig am Rand. Aber das ist eigentlich nur eine Randnotiz. Viel wichtiger ist, dass wir mit Zahlenvariablen rechnen können. Print Z plus 15. Dann wird hier unten eine 5 ausgegeben, weil Minus 10 plus 15 5 ist. Es ist natürlich auch möglich, mehrere Variablen in so eine Berechnung einfließen zu lassen. Wir nehmen jetzt mal hier Zahl 1 gleich 10, Zahl 2 gleich 5 und dann Print Z1 plus Z2. Da kriegen wir dann 15 raus. Wir haben also in diesem Beispiel zwei Variablen. Z1, da haben wir 10 reingelegt. Z2, da haben wir 5 reingelegt. Und wenn wir dann Z1 und Z2 addieren, dann kriegen wir unsere 15 da unten raus. Das Ergebnis können wir allerdings auch wiederum einer Variable zuordnen. Ich sage mal E für Ergebnis. Wenn ich das jetzt ausgebe, ist das 0. Wenn ich jetzt schreibe E gleich Z1 plus Z2, dann rechnet der das Ganze aus und legt das Ergebnis in E ab. Und wenn ich jetzt E ausgebe, dann steht da wieder eine 15 drin. Fließkommazahlen können auch Brüche bzw. Dezimalstellen enthalten. Diese werden mit einem Punkt angegeben, nicht mit einem Komma, wie in Deutschland üblich. Ich mache das mal hier. Z1 ist gleich 4,5, also 4.5. Und Z2 ist jetzt einfach mal 8,3. Und wenn ich das jetzt wieder ausgebe, dann bekommen wir da 12,8, also 12,8 raus. Erweitern wir hier unser kleines Basic-Programm jetzt um diese neu erwonnenen Erkenntnisse, also um die Fließkommavariablen. Das funktioniert natürlich auch einfach hier im Programmcode. Z1 gleich 10, Z2 gleich 5 und in der 200, da geben wir das Ganze dann aus. Übrigens, der Run-Befehl löscht den Variablen-Speicher. Wenn ich hier nochmal die Variable E auf irgendwas setze, zum Beispiel 20 und das jetzt mal ausgebe, dann haben wir hier E gleich 20, also wird eine 20 ausgegeben. Jetzt starte ich unser Programm. Und jetzt gebe ich E nochmal aus und dann steht in E 0 drin. Das heißt, der Run-Befehl löscht den Variablen-Speicher, dann wird das Programm ganz normal abgearbeitet. Und wenn das Programm zu Ende ist, haben wir allerdings die Inhalte aus unserem Programm in den Variablen noch drinstehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier printna-Dollarzeichen ausgebe, dann steht da Commodore drin. Wurde er hier oben in der Zeile 100 so gesetzt. Als letztes kommen wir jetzt noch zur Ganzzahl- oder Integer-Variable. Die speichert auch Zahlenwerte, man kann auch mit ihnen rechnen. Allerdings, wie der Name schon sagt, dürfen da keine Brüche enthalten sein. Es dürfen also nur Ganzzahlen und keine Kommazahlen angelegt werden. Der Bezeichner für eine Ganzzahl ist das Prozentzeichen, beispielsweise Z1% gleich 5, print Z1%. Sieht ähnlich aus wie bei den Fließkommar-Variablen. In einer Ganzzahl-Variable kannst du allerdings nur Werte zwischen 0 und 65535 speichern. Theoretisch verbraucht die Variable weniger Speicher als die Fließkommar-Variable. Das ist allerdings bei Basic V2 des C64 nicht der Fall. Außer die Variable wird als Feldvariable verwendet. Aber da kommen wir am Ende des Videos noch drauf. Meiner Meinung nach ist die Verwendung von Ganzzahl-Variablen außer als Feldvariable nicht sinnvoll. Sie sind nicht mit allen Befehlen kompatibel und die Berechnungen dauern sogar etwas länger, weil der Interpreter vor einer Berechnung immer die Ganzzahl-Variable in eine Fließkommar-Zahl umwandelt. Und das dauert ein paar Takte und deswegen ist es geringfügig langsamer damit zu rechnen. Es gibt noch einen kleinen Vorteil, wenn man das Programm später mit einem Basic-Compiler in Maschinensprache-Programm umwandeln will. Dann ist es sinnvoll, auch Ganzzahl-Variablen zu verwenden, weil viele Compiler auf Ganzzahlen optimierte Routinen erzeugen und dann die Programme, die dabei rauskommen, etwas schneller laufen. Aber das soll uns an dieser Stelle jetzt nichts stören. Unterm Strich sagen wir es mal so, die Ganzzahl-Variable wird vom Basic-Interpreter C64 etwas stiefmütterlich behandelt, deswegen gehe ich jetzt auch nicht weiter auf sie ein. Du solltest allerdings wissen, dass es die gibt, weil die gleich bei den Feldvariablen nochmal wichtig wird. Eine kleine Sache allerdings noch, wenn du versuchst, in eine Ganzzahl-Variable eine Kommazahl einzuspeichern, dann gibt es keinen Fehler. Allerdings, wenn man die Zahlen danach wieder ausgibt, dann sind einfach die Kommazahlen hinten abgeschnitten worden. Das heißt, alles, was hier nach dem Punkt kommt, wird einfach ignoriert. Nachdem wir jetzt die drei Variablen-Typen des C64s kennengelernt haben, werden wir uns mal dem Nutzer unseres Programms zu. Denn ein Programm wie unser jetziges, das immer das Gleiche tut, ist es ein bisschen langweilig und selten sinnvoll. Ein Programm braucht Eingaben. Diese können wie bisher in unserem Beispielprogramm vom Programmierer kommen, indem wir hier einfach irgendwelche Variablen auf bestimmte Werte setzen, von anderen Quellen wie Disketten oder Datasetten oder eben vom Benutzer. Und genau letzteres Beispiel, das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt einen Standardbefehl in Basic, mit dem wir Benutzereingaben abfragen können. Dieser Befehl heißt Input. Verwendet wird er, indem nach dem Befehl eine Variable genannt wird, in der die Eingabe gespeichert werden soll. Zum Beispiel Input N-A-Dollarzeichen. Wie du siehst, wenn ich das Ganze im Direktmodus eingebe, dann bekomme ich einen Fehler. Der Input-Befehl ist einer von den Befehlen, die nicht im Direktmodus laufen. Aber in unserem Programm funktioniert das schon. Wenn ich jetzt mal hier in die Zeile 100 einfach Input N-A-Dollarzeichen eingebe und die Zeile 150 dann auch überschreibe mit Print, machen wir es mal jetzt umgekehrt, indem wir erst die Zeichenkette nehmen und dann die Variable. Ich frage also jetzt erstmal als erstes vom Benutzer einen Wert ab. Den speichere ich in N-A-Dollarzeichen. Das Ganze soll für Name stehen und anschließend gebe ich so einen kleinen Gruß aus. Der Input-Befehl gibt immer ein Fragezeichen auf dem Bildschirm aus. Das lässt sich leider nicht ändern. Ich gebe mal hier meinen Namen ein. Und siehe da, es klappt. Da steht jetzt Hallo Andreas. Jetzt ist unser Programm allerdings noch nicht sonderlich benutzerfreundlich. Zwar wissen wir, dass wir da unseren Namen eingeben sollen, aber ein anderer Anwender weiß das wahrscheinlich nicht. Da könnten wir jetzt mit Print einfach einen Hinweis auf dem Bildschirm ausgeben. Allerdings kann der Input-Befehl das auch. Wir können optional vor der Variable noch eine Zeichenkette in Anführungszeichen angeben, die ausgegeben werden soll. Aber Vorsicht, in der können keine Variablen verwendet werden. Es geht nur ein Text in Anführungszeichen, keine Variablen, die irgendwie da zur Zusammensetzung sind. Da müssten wir dann den Print-Befehl nehmen. Die Variable wird dann einfach mit einem Semikolon angehangen. Ich mache das mal hier, auch in der Zeile 100. Input. Wie heißen Sie? Und dann die Variable na$, da soll das Ganze eingespeichert werden. So, jetzt fragt der Computer uns hier, wie heißen Sie? Ich habe den Text extra als Frage formuliert, weil Input ja immer ein Fragezeichen vor die Eingabe stellt. Wie gesagt, das lässt sich leider nicht verhindern. Es gibt noch einige andere Nachteile von Input. Nutzer können nämlich jetzt hier den Cursor frei über den Bildschirm bewegen und könnten dann hier unsere Eingabemaske irgendwie zerstören oder könnten jetzt einfach hier irgendwie hochgehen und beispielsweise hier auf dem Ready mit dem Cursor irgendwie stehen bleiben. Und wenn Sie dann hier Return drücken, wird einfach die Zeile, in der Sie sich gerade befinden, als Eingabeinhalt genommen. Jetzt steht hier Hallo Ready und was wir hier auch sehen ist, dass die Ausgabe nicht hier unten wie erwartet passiert, sondern hier oben, denn das Programm macht immer bei der Cursor-Position weiter. Das sind also einige Nachteile, die sich so mit Input jetzt auch nicht lösen lassen. Aber für den Anfang verwenden wir Input als Standardabfrage für Benutzereingaben. Wir werden im Verlaufe des Kurses generell noch andere Eingabemethoden kennenlernen. Die werden wir uns allerdings aus mehreren Befehlen selber zusammenbauen müssen und das würde jetzt den Umfang dieses kleinen Einstieges in Basic sprengen. Es besteht auch die Möglichkeit, Zahlenvariablen mit Input abzufragen. Das mache ich mal hier in der Zeile 160. Die überschreibe ich jetzt mal mit Input Z1 oder machen wir es direkt richtig, Zahl 1 und in die Zeile 170 machen wir das gleiche nochmal. Man kann übrigens Zeilen auch ganz gut kopieren, das haben wir ja eben schon gesehen, indem man einfach die Zeilennummer hier vorne ändert. Und wenn ich das jetzt hier oben mache, kann ich hier einfach die Zeile ändern, indem ich hier Zahl 2 und Z2 hinschreibe. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder auflisten, dann sehen wir, hat er den kompletten Inhalt in die Zeile 170 reinkopiert. Das ist also eine Möglichkeit, ähnliche Zeilen einfach nochmal zu kopieren. So, ich starte das Ganze mal. Jetzt wieder, wie heißen sie? Andreas, Zahl 1. Und jetzt kann ich hier meine Zahlen eingeben, zum Beispiel 5 und nehmen wir mal 12 und dann gibt er uns hier eine 17 aus. Ich starte das Ganze nochmal. Das Ganze hat nämlich wieder einen großen Nachteil. Wenn ich nämlich jetzt hier zum Beispiel eingebe 5 und hier 12 und schicke das Ganze ab, dann sehen wir da, redo from start, dann gibt es eine Fehlermeldung aus dem Basic Interpreter heraus und die lässt sich auch nicht abfangen. Das heißt, wir bekommen dann immer diese Zeile hier zwischen und dann sollen wir nochmal eine Zahl eingeben, weil das hier eine Zeichenkette ist und keine Zahl. Wenn ich jetzt hier sowas wie 6z zum Beispiel eingebe, das funktioniert auch nicht. Man kann hier also jetzt nur Zahlen eingeben und dann läuft das Programm weiter. Da wir diesen Fehler nicht abfangen können, ist es eigentlich nicht sinnvoll, im Inputbefehl tatsächlich hier hinten, außer zu Testzwecken, vielleicht eine Zahlenvariable zu benutzen. Beim Inputbefehl solltest du immer mit Zeichenkettenvariablen arbeiten. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor und zeige dir, wie man Zeichenketten in Zahlen umwandelt, damit man damit rechnen kann. Dazu nehme ich erstmal eine Zeichenkettevariable, z$zeichen gleich 5, dann z1 gleich 10 und wenn ich jetzt hier eingebe, print z1 plus z$zeichen, dann bekommen wir hier unten den Fehler, type Mishmash Error, weil ich hier versuche, eine Zahl und eine Zeichenkette in einer Rechenoperation zu verbinden. Also wir halten fest, mit Zahlen und Zeichenkette, so können wir nicht rechnen. Es gibt aber ein Basic-Befehl, den WALL-Befehl, mit dem wir Zeichenketten in einen Zahlenwert umrechnen können. Das heißt, aus der Zeichenkette 5 wird dann einfach eine Zahl gemacht. Das Ganze können wir hier direkt in der Berechnungsformel verwenden. Ich füge hier mal ein paar Zeichen ein und zwar der Befehl heißt WALL und dann wird der Wert in Klammern dahinter gesetzt. Also die Zeichenkette wird in Klammern dahinter gesetzt. Und wenn ich das jetzt abschicke, dann sehen wir, funktioniert es. Dann nimmt er die 5 hier oben, die Zeichenkette, wandelt die in eine Zahl um, in dem Fall in eine 5 und rechnet dann hier unten den Inhalt von Z1, also 10 plus 5 und dann bekommen wir unsere 15 daraus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das hier in unserem Programm verwenden können. Das heißt, wir haben hier in der Zeile 160. Ich gehe jetzt einfach hier hoch und bearbeite die Zeilen hier oben. Ich nehme hier also nicht Z1, sondern Z1-Dollarzeichen und hier nehme ich nicht Z2, sondern Z2-Dollarzeichen. Indem ich das jetzt hier bearbeitet habe und Return gedrückt habe, hat er dann die Zeile 170 und 160 entsprechend überschrieben. Und die Zeile 200, die schreibe ich jetzt nochmal ganz hin, weil sich das ändern so eigentlich nicht lohnt. Da schreiben wir jetzt sowas hin, wie Print Z1-Dollarzeichen. Das verknüpfen wir mit der Zeichenkette Plus und das verknüpfen wir wieder mit der Zeichenkette, die in Z2-Dollarzeichen drin steht. Dann kommt wieder eine Zeichenkette, in der steht ein Gleich drin. So und jetzt was ganz wichtiges. Jetzt kann ich an dieser Stelle nicht mit Plus weitermachen, weil der C64 ansonsten diese Zeichenverkettung versucht mit einer Rechenaufgabe zu kombinieren. Das funktioniert nicht. Wir haben also jetzt erstmal hier eine Zeichenkette. Der Benutzer gibt hier oben also eine Zahl und noch eine zweite Zahl ein und dann schreiben wir hin, den Inhalt erste Zahl plus zweite Zahl gleich und jetzt soll das Ergebnis dahinter stehen. Das hängen wir jetzt nicht mit Plus an, sondern mit einem Semikolon. Das heißt, jetzt weiß der Basic-Interpreter, aha, an dieser Stelle kommt jetzt irgendwas anderes und fängt jetzt nicht an und versucht, irgendwelche Zeichenketten miteinander zu kombinieren, sondern hier sagen wir jetzt der Zahlenwert von Z1-Dollarzeichen plus der Zahlenwert von Z2-Dollarzeichen. So, wenn ich alles richtig eingegeben habe, sollte das Ganze jetzt funktionieren. Zahl 1, 20. Zahl 2, 12. Und da steht dann hier 20 plus 12 gleich 32. Hier sehen wir auch wieder dieses Leerzeichen, was davor steht. Hier könnte ein Minus stehen, wenn wir hier oben irgendwas eingeben hätten, das zu einer negativen Zahl führen würde. Ich kann ja jetzt einfach mal hier oben probieren, das Ganze hier auch mit Plus zu verketten. So, wir listen uns das nochmal ordentlich auf und dann starten wir das nochmal. So, wir nehmen einfach mal 10 plus 5 und dann sehen wir Type Mishmash Error, denn der Interpreter liest die Zeile ja von links nach rechts. Da kommt der Printbefehl. Aha, eine Zeichenkette. Aha, noch eine Zeichenkette. Die soll ich also hintereinander ausgeben und noch eine Zeichenkette soll ich hintereinander ausgeben. Noch eine Zeichenkette soll ich hintereinander ausgeben und noch eine Zeichenkette. Moment mal, das ist ja gar keine Zeichenkette, das ist ja eine Zahl. Und deswegen gibt es jetzt hier den Type Mishmash Error und deswegen hängen wir hier das Ergebnis sozusagen mit dem Semikolon an, damit der Interpreter weiß, an dieser Stelle mein Print ist jetzt beendet, die Zeichenketten sind jetzt alle zusammengeschustert und jetzt beginnt was Neues. Was haben wir denn da? Und dann sieht er, aha, hier soll ich eine Zahl bilden. Ich habe also eine Zahl plus eine andere Zahl. Aha, das soll ich rechnen. Und dann rechnet er das Ergebnis aus und schreibt das Ergebnis an diese Stelle. Jetzt kann der Benutzer natürlich an dieser Stelle immer noch Quatsch eingeben. Also Huhu und eine 4. Und dann sehen wir aber hier, das Programm läuft durch und sagt hier, Huhu plus 4 ist 4. Also Huhu wird an dieser Stelle nicht mit einer Zahl assoziiert, sondern der wandelt das hinten um und bekommt im Zweifelsfall bei dieser Umwandlung 0 raus, wenn er aus dem Huhu keine Zahl machen kann. Also im Prinzip wäre das hier 0 plus 4 ist 4. Ja, unser Programm bricht an dieser Stelle nicht ab beziehungsweise wirft uns also keinen Fehler aus. Darum könnten wir uns jetzt kümmern. Wir könnten also jetzt die Benutzereingaben noch prüfen, ob das tatsächlich wirklich nur Zahlen sind. Aber das wird jetzt auch dieses Grundlagenvideo sprengen. Wir werden im Verlaufe der noch folgenden Videos noch genug Gelegenheit haben, tiefer in diese Materie einzutauchen. Wir wissen nun, wie wir Benutzereingaben mit Input abfragen, wie wir Ausgaben mit Print machen und welche Variablentypen das C64 Basic kennt. Nun kommen wir noch zu den Feldern, Listen oder auch Arrays, wie sie in den heutigen Programmiersprachen genannt werden. Da in der klassischen C64 Literatur aber meist von Feldern die Rede ist, werde ich sie auch hier so nennen. Felder sind im Prinzip durchnummerierte Variablen. Der Variablenbezeichner bleibt dabei immer gleich und wird durch Klammern ergänzt, in der eine Nummer oder besser der Index steht. Um eine Namensliste zu speichern, könnte man das also so machen. Na-Dollar-Zeichen in Klammern 0 gleich Andreas, Na-Dollar-Zeichen in Klammern 1 gleich Schackeline und Na-Dollar-Zeichen in Klammern 2 gleich Kevin. So, und mit Print Na-Dollar-Zeichen in Klammern 1 bekomme ich dann Schackeline ausgegeben. Das Besondere ist nun, dass der Index, der hier in Klammern steht, auch durch eine Variable ersetzt werden kann. Ich könnte also eine Variable nehmen, i zum Beispiel, die setze ich auf 2 und dann printe ich Na-Dollar-Zeichen in Klammern i und dann bekomme ich Kevin. Das gibt uns also die Möglichkeit, die Listen in unserem Programm dynamisch anzusprechen und die Werte herauszufiltern, die wir benötigen. Der Index kann auch mehrdimensional sein, das bedeutet, dass wir statt nur einem Index mehrere mit Komma getrennten Indizes verwenden können. Sollten wir zum Beispiel den Vornamen und Namen einer Person in einer Feldvariable in Dollarzeichen speichern, könnten wir festlegen, dass der erste Index für die Personennummer, der zweite entweder 0 für den Vornamen oder 1 für den Nachnamen ist. Hier mal ein Beispiel dafür. Wir nehmen die Variable N-Dollar-Zeichen 0 für die Personalnummer, 0 für den Vornamen, gleich Andreas, N-Dollar-Zeichen in Klammern 0,1 für den Nachnamen, gleich Bock, N-Dollar-Zeichen in Klammern 1,0 gleich James und N-Dollar-Zeichen in Klammern 1,1 gleich Bond. Das erste hier ist also unsere Personalnummer, 0 und 1 gibt es da. 0 ist der Andreas Bock, der Vorname ist immer mit 0 gekennzeichnet, der Nachname mit 1 und 1 wäre in diesem Fall James Bond. Jetzt setzen wir hier einfach eine Personalnummer fest, p gleich 1 zum Beispiel und dann können wir jetzt in unserer Ausgabe unten folgendes machen. N-Dollar-Zeichen in Klammern p,0 plus eine Zeichenkette, einfach ein Leerzeichen, plus N-Dollar-Zeichen in Klammern p,1 und wenn ich das ausgebe, dann steht hier James Bond und wenn ich die Personalnummer hier oben jetzt wieder auf 0 ändere und das Ganze ausgebe, dann steht da Andreas Bock und das Ganze geht wieder umgekehrt, Personalnummer 1 James Bond. Mit der Variable p geben wir also die Person an und mit Print wird dann der Vor- und Nachname einfach zusammengesetzt. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Teil im Umgang mit Feldvariablen. Wir müssen in unserem Programm Speicherplatz reservieren, um die Werte abspeichern zu können, indem wir festlegen, wie hoch die Indizes maximal sein dürfen. Dies wird im Programm einmalig festgelegt, eine nachträgliche Änderung, während das Programm läuft, ist nicht möglich. Die Kunst ist also, nicht zu viel des wertvollen Speicherplatzes zu reservieren, aber auch nicht zu wenig. Das Festlegen der Indexgröße geschieht über den Befehl dim. Ich nehme jetzt mal die Variable t-Dollar-Zeichen und dimensioniere die auf 20. So legen wir fest, dass der Index der Feldvariable t-Dollar-Zeichen zwischen 0 und 20 liegen darf. Achtung, die Null zählt mit. Wir haben also insgesamt Platz für 21 Werte. t-Dollar-Zeichen, in Klammern 20, gleich Fu t-Dollar-Zeichen, in Klammern 21, gleich Bar und da sehen wir, 21 kriegen wir eine Fehlermeldung, weil wir hier oben ja gesagt haben, maximal darf der Index nur 20 hoch sein. Das heißt, 21 wird hier nicht mehr akzeptiert, da ist kein Speicher für reserviert. Wir können diesen Index jetzt nachträglich allerdings auch nicht erhöhen. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte jetzt doch 25 Plätze frei haben, dann kriege ich den Fehler RedimArrayError. Die einzige Möglichkeit wäre, alle Feldvariablen zu löschen und neu zu dimensionieren. Dabei werden dann allerdings auch alle gespeicherten Werte verworfen. Wir sollten uns also vorher Gedanken darüber machen, wie groß unser Array sein soll. Bei Zeichenkettenvariablen wird übrigens kein Platz für die eigentlichen Texte selbst reserviert. Erst wenn wirklich Zeichenketten in die Variable reingespeichert werden, wird auch der Speicherplatz belegt. Bei Zahlen sieht das anders aus und genau da kommt jetzt wie angekündigt die Ganzzahlvariable ins Spiel. Achtung, jetzt wird es etwas technisch, es ist aber nicht schlimm, wenn du die Hintergründe nicht zu 100% verstehst. Wichtig ist nur zu wissen, dass Ganzzahlvariablen weniger als die Hälfte Speicher benötigen als Fließkommavariablen und dieser Speicher wird tatsächlich direkt beim Ausführen von DIM reserviert. DIM-T in Klammern 100 beispielsweise reserviert jetzt 100 mal 5 Bytes im Speicher, also insgesamt 500 Byte, während DIM-T-Prozent in Klammern 100 hat jetzt nur 100 mal 2 Bytes im Speicher, also nur 200 Bytes reserviert. Wenn wir versuchen, eine Variable ein zweites Mal zu dimensionieren, N-Dollarzeichen in Klammern 20,1 zum Beispiel, dann bekommen wir hier einen Fehler, haben wir ja eben schon gesehen. Hm, aber Moment mal, die N-Dollarzeichen-Variable, die habe ich doch bis jetzt gar nicht dimensioniert. Das ist richtig, diese Arbeit hat der Basic-Interpreter bereits im Hintergrund für uns erledigt, als ich die Feldvariable für das erste Mal benutzt habe, indem ich N-Dollarzeichen in Klammern 0,0 gleich Andreas schrieb. Wenn ihr eine Feldvariable nutzt, ohne sie mit DIM vorzubereiten, dimensioniert der Basic-Interpreter diese automatisch mit 10. In meinem Fall also, als hätte ich vorher DIM N-Dollarzeichen in Klammern 10,10 geschrieben. Es ist also standardmäßig für 11 Elemente in jeder Dimension des Feldes, die 0 zählt ja mit. Ihr solltet aber, wie man hier dann auch sieht, auf jeden Fall immer mit DIM die Größe des Feldes vorher festlegen, wenn ihr wisst, dass ihr maximal 5 Elemente benötigt, weil damit spart ihr Wert von Speicher, wenn ihr den Index mit DIM auf 4 begrenzt. In meinem Fall also hätte ich jetzt vor, 20 Namen zu speichern, dann würde ich das hier Ganze auf 20 bzw. auf 19 Werte begrenzen. Und wenn ich weiß, in jeder dieser Datensätze steht dann Name und Vorname drin, also zwei Werte, dann würde ich das Ganze hinten auf 1 begrenzen. Auf diese Weise habe ich jetzt hier insgesamt 20 Wertepaare, also 20 mal zwei Werte. Im Normalfall, wenn ich das DIM weglasse, dimensioniert er ja automatisch mit 10,10. Da habe ich dann also 11 mal 11 Werte, was natürlich unter Umständen zu wenig sein kann, wenn ich mehr als 11 Werte speichern möchte, aber auch viel zu viel sein kann, wenn ich in jedem Datensatz nur zwei Werte drin habe. So, das war die grundlegende Einführung in C64 Basic. Ihr könnt nun schon kleine Programme schreiben, die Eingaben von Benutzer abfragen, Berechnungen anstellen und Ausgaben auf dem Bildschirm machen. In weiteren Kursvideos werden wir weitere Befehle kennenlernen, um komplexere und umfangreichere Programme zu schreiben. Zum Schluss habe ich aber noch ein paar Tipps für dich. Du musst nicht für jeden Befehl eine eigene Teilnummer vergeben. Es ist auch möglich, Befehle mit einem Doppelpunkt zu trennen. Die Befehle werden dann von links nach rechts nacheinander abgearbeitet. Hier also schreibe 210 Z1 gleich 9,5 zum Beispiel. Doppelpunkt, nächster Befehl Z2 gleich 3,42. Nächster Befehl, also Doppelpunkt, Print Z1 plus Z2. Dann steht das alles in einer Zeile. Und wenn ich das Ganze jetzt mal starte, dann sehen wir hier unten als letztes, wurde diese Zeile ausgeführt, also alle Befehle, die in der Zeile stehen. Erst wurden die beiden Variablen gesetzt und dann das Ergebnis 12,92 hier unten ausgegeben. Wenn du dein Programm an einer bestimmten Stelle starten möchtest, dann kannst du die entsprechende Zeilennummer hinter Run schreiben. Run 210. Hier startet das Programm jetzt bei Zeile 210 und lief von dort bis zum Ende durch. Also im Prinzip, da kommt ja keine Zeile mehr dahinter. Wären da jetzt noch Zeilen hinter gewesen, dann werden die jetzt auch noch mit ausgeführt worden. Hier wird also dann ab der Zeile 210 das Programm gestartet. Hier sehen wir dann nur das Endergebnis von dieser Zeile. Um einzelne Zeilen oder Zeilenbereiche aufzulisten, kannst du die Zeilennummern auch hinter den Listbefehl schreiben. List listet einfach alles auf. List 210, nur die Zeile 210. Oder List 160 bis 200, listet die Zeilen 160 bis 200 auf. Fast alle Befehle des C64 lassen sich abkürzen, indem man den zweiten Buchstaben des Befehls zusammen mit der Shift-Taste drückt. Also L-Shift-I für List, R-Shift-U für Run. Den Printbefehl kann man einfach durch ein Fragezeichen ersetzen. Also Print Hallo. Und wenn du diese Abkürzung in deinem Programm benutzt, werden die beim Auflisten dann wieder ausgeschrieben. Also wenn ich schreibe 10 Print Start des Programms und liste das Ganze jetzt wieder auf, L-Shift-I, dann sehen wir hier oben, in der Zeile 10 steht jetzt hier vorne Print statt Fragezeichen. So ist es auch möglich, Zeilen länger als 80 Zeichen werden zu lassen, also mehr in eine Basic-Zeile zu quetschen. Ich mache mal hier ein Beispiel. 10 Print. Dies ist ein langer Text. Ausrufezeichen. Und dann mache ich jetzt mal hier einfach ganz viele Punkte dahinter. Toll. So, Anführungsstriche. Jetzt muss ich allerdings einmal wieder hier hochgehen, damit, haben wir ja vorhin gesehen, damit hier die beiden Zeilen dann auch gespeichert werden. Als Zeile 10. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder aufliste, dann sehen wir, ist die Zeile 10 hier oben auf einmal länger als nur zwei Zeilen. Das ist also möglich. Allerdings lassen sich diese Zeilen jetzt nicht mehr gut bearbeiten, weil wenn ich jetzt hier versuche, irgendwie Zeile zu löschen, sehen wir schon, das OLL wird einfach hier hinten ignoriert. Das heißt, ich müsste es jetzt wieder hier hinter schreiben, wenn ich die Zeile irgendwie kürzer machen wollte oder was einfügen will. Der Rest, der hier unten in der dritten Zeile drin steht, den bekomme ich hier nicht mehr hochgezogen. Da kann ich auch nicht jetzt hier hingehen und dann irgendwie hier mit der Insell-Taste oder so arbeiten. Das funktioniert nicht. Dann müsste ich jetzt hier wieder das OLL hinterschreiben, damit das Ganze funktioniert, weil sieht man auch hier, wenn ich jetzt hier Return drücke, springt er in die nächste Zeile. Diese Zeile gehört nicht mehr zu der Zeile 10. Sie wird halt mit ausgegeben, weil hier oben das Fragezeichen durch die Zeichengette Print ersetzt wurde und dadurch hat sich das Ganze nach hinten verschoben. Ist halt beim Nachbearbeiten nicht mehr so toll. Hier verlinke ich euch mal zwei Video-Playlists mit noch mehr Video-Tutorials über die C64-Programmierung. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Video mitnehmen. Es gibt also auf meinem Kanal noch mehr zu entdecken. Schau ruhig mal rein, lass ein Abo da. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.